Und Dislike unter. Aber das habe ich ja schon vorher gesagt. Ja, ja, ja. Ich weiß, ich weiß. Warte, ich hebe ihn oder auch nicht. Ja, wobei, wir hatten jetzt schon ein paar Mal so eine brenzliche Situation, wo voll viele Fenster offen waren. Oder alle Fenster wohl eher. Auf der Fall hat er sich mit der Struppe noch so ein Schuss. Das heißt, einmal ein Schuss wird... Also Galil-Nee, also Galils-Schüsse hebe ich mir jetzt auch auf die ganze Zeit, dann, falls hier welche... falls hier die Massen reinkommen. Vor allem, wenn wir stehen. Das Heftigste ist, wenn wir stehen. Ja, ja, klar, weil dann... Sobald wir stehen, geht die Welt unter. Dann entscheidet sich's, kommen wir weiter oder nicht. Müsst ich so voll den bösen Cut machen, so. Und ob wir es geschafft haben oder nicht, seht ihr im nächsten Part. Ja, wo es so eng ist, drei Ligen oder zwei Ligen. Ja, genau, irgendwie so. Mach das! Mach ich auch. Wenn ihr richtig steht, entscheidest du. Ne, mach ich, mach ich. Wie gesagt, wir... Das hier wird erst hochgeladen werden, wenn wir dann eh die Endcard haben. Wahrscheinlich, weil ich noch so viel Voraussetz hab. Die Endcard. Wir machen eine Endcard. Wir machen jetzt einen Endcard. Wir machen jetzt einen Profs. Das ist einer Profs, Junge. Und dann mach ich so in der Endcard, dann sag ich dann... Tja, wenn wir das geschafft haben... Endcard ist doch eigentlich nur ein Foto, um dann ein Video einzubringen. Ne, ja, ja, mehr oder weniger. Halt so mit Video ein Blending noch, ne? Aber wir machen nicht nur einen Foto. Ja, ja, ne, 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 Wolf hat da richtig gute Sachen schon am Start. Daher sollten wir sie eliminieren. Wolf hat da richtig das Talent für. Tagelang Arbeit, Junge. Ja. Zwei Tage. Naja, tagelang. Stimmt doch. Nicht mal gelogen. Jetzt wird's gleich heftig. Ah. Wollen wir gleich stattkommen. Boah, mich... Es ist so warm, ich will Fenster aufmachen, aber es ist gewittert. Ich kann die aufmachen. Oh, ich bin tot. Ich zieh durch, ich zieh durch, ich zieh durch. Quick Rewalf, 100, Alter. Das ist ein offenes Fenster. Macht's zu! Scheiße, jetzt kommt's. Boah, schon 5 K.O.s, Alter. Kack die Wand an. Meine K.D. ist eh verkackt durch Kübel, ne, aber... Dammit. Ja, ich mach auch irgendwann Road to Shotguns. Ich mach, ich mach, ich mach. Shortcut. Shortcut? Hab ich grad was für Shotguns gesagt? Echt jetzt? Da kommt jetzt irgendwo gleich ein Shortcut. Lol. Achso, nee. Ich hab gesagt, ich wollt eigentlich sagen, äh, ich will irgendwann mal Road to Shotguns machen, so. Mach ich halt über Steam Family Sharing auf mein zweiter Count, dann zieh ich mir das und dann läuft. Ja, dann, dann würd ich tanzen. Ja, ich weiß ja nicht, da würd ich halt wirklich drei, also, ne, 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 bin ich übel, Chris, aber ich würd da halt eigentlich, äh, mehr Leute von, von unserem Team dabei haben, weißt du? Aber ich werd halt schauen, weil, weil Soji wird da keinen Bock drauf haben. Wolf denk ich doch, oder? Wolf hättest da Bock drauf, wa? Ja, so, auf Road to Shotguns, also, dass ich die Shotgun, den Shotgun ran bekomme, dass wir uns den quasi erboosten. So. Hat wirklich auch schon da. Also, dass ihr mich halt wirklich savet und ihr lasst mich wiederbeleben und so weiter. Ja, klar. Dass ich halt, ne, richtig hochgepusht werde. Ah, ja, ich bin dabei, Junge. Also, wenn du dabei bist, wäre das geil, weil dann nehm ich noch zwei Zombie Pros mit, weil Soji hat da eh keinen Bock drauf, weiß ich jetzt schon. Ich werd natürlich fragen, aber ich denke nicht, dass er da, äh, Lust drauf hat. Ah, wie geil, dass es gerade schon war. Er stirbt. Alles ist schlimm. Ich bin irgendwie nicht. Ja. Ich bin so awesome. Ne, ne, also, da hätt ich schon richtig Bock drauf dann. Ja, dann, weiß ich nicht. Der Problem ist, ich kenn so viele, weißt du? Mit denen ich das machen könnte. Da weiß ich echt nicht, welche zwei ich davon nehmen soll. Ist halt immer doof. Gut, ich, gut. Ich könnt's ja auch abwechselnd machen, ne? Also, ich würd's dann aber so machen wollen, dass Wolf immer dabei ist, also. Dass die, die, und die zwei Randoms halt immer irgendwelcher, irgendwer ist halt, je nachdem, wer grad so Zeit hat. Oder Lust hat. Jetzt wird's heftig. Ja, also, ich hab ja der scheiß Busdepot hier. Kacke. Kacken Arsch. Aua. Boah, wie schnell hab ich mir die Muni gekißt, ne? Ja, ne? Aha. Und die halten richtig viel aus, ey. Kauft einfach zwischen drin nicht von der Leerzeit, weil sonst wirst du, äh, es so eh nicht auf die Zweitwaffe hin und her wechseln. Zombies drin. Fakt gewinnt nichts mehr, der seine Arme verliert. Ich kümmere mich um die hinteren Fenster sonst. Und irgendwie vorderen, so. Also, wie es aussieht, wird das jetzt schädigt. Und so wie es aussieht, schafft mir sogar rund 20. Ja. Sieht gut aus. Sieht gut aus. Oh, aber jetzt kommen grad echt wenige hier rein. Also, vorhin war's schlimmer. Aua. Wie Wolf dann immer so rumspringt und nicht kaputt gehauen wird, Alter. ETF. Ich kann's halt. Ich hab's halt drauf. Hast du echt Permanok oder so? Ich weiß ja nicht. Nein, nein. Ich hab kein Permanok. Oh, ich werd gehauen. Oh. Okay. Munition sparen, Mauten. Munition sparen! Ne, ich hab grad mal keinen Deadshot mehr, glaub ich. Ja, bestimmt nicht. Ich hab das. Schon viel zu viele Zombies ohne getötet. Alter, der ist. Von 358 und 150, circa, mit Headshot. Oh, 148. Boah, guck mal. Ich hab gute Headshots gemacht, Mann. Läuft. Oh, ich und Shotty haben die meisten Shunies tot. Ja. Der hat ne RPG, Mann. Der macht hier Massenvernichtung. Ja, und ich hab keine RPG. Das ist ein DSR, Mann. Du kannst gezielt töten, ja? Du kriegst aber auch keine mehr viele hin. Die ist so unter Power, diese Waffe. Ja, muss man ja sagen. Du meinst die RPG jetzt? Ja. Ja, ja. War's von der Stärke oder von der Munition? Ne, von der Stärke, ja. Ich krieg nur noch zwei Kills oder so, wenn ich einmal in eine Masse reinschieße. Ja, ey. Weil Schaden ist besser als Damage, ne? Jetzt wird's wieder. Ist halt Explosions. Die einen triffst mehr, die anderen weniger. Ja, aber ist egal. Nee, aber läuft ja bis jetzt. Ich meine, scheint ja richtig gut zu funktionieren, ne? Aua, es kommt einer rein, Vorsicht hinter mir. Wow. Ach, die, 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 die drin sind, zuerst töten, ey. Scheiß auf die, die draußen sind, Mann. Sobald einer drin ist, töte den. Oh, shit, Alter. Oh, jetzt wird's engen, jetzt wird's engen, jetzt wird's engen. Jetzt wird's engen. Ich heb, ich heb ihn, oder? Warte, ich mach, ich mach. Save, save. Oh, Digga, ich kann nicht saveen. Pasch, ich mit meinen Skills. Ja, Mann. Wolf hat echt Skills. Der hat heute ein Zielwasser getrunken, Mann. Der kann alles. Ich hab mit Wasser getrunken. Boah, wie ich in Chris drinstehe. Ja, Mann. Ja. Und auch das haben wir geschafft. Lass mal die Runde gleich beenden. Komm, 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 komm. Komm, 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 die Runde. Komm, dann. Ich hab 120. Ich frag mich echt, wie viele Likes und so das Video jetzt bekommt und Daumen runter. Ich frag mich echt, ob die Zuschauer da echt so schlau sind und dann wirklich zu interagieren, ja? Nee. Ich glaub, unsere nicht, ne? Unsere sind zu geistesgestörter. Noch sind sie, äh, zu dumm. Also nicht zu dumm, sondern zu... Weißt du mich nicht? Der ist jetzt verrückt. Unter, untergebildet. Ja, genau. Wir sind so fies, Alter. Nein, wir haben ja nicht schlecht über die Reden. Ach, Mann, ich glaub... Wir haben sich ja schon verhört. Nein, ich hoffe ja, dass... Ich hoffe ja, dass ein Großteil das checkt, dass das einfach nur Spaß ist, ja? Ja. Wie viele... Wie viele die den shit ernst nehmen? Wie viel hatten wir, seitdem ich da bin? Äh... Viele. Viele? Ja, wir haben jetzt 470. Das ist schon cool. Läuft halt. Kommen halt immer wieder ein paar dazu. Ja. Ja, mittlerweile wird doch Dark Souls relativ oft geschaut. Also, mehr als vorher. Das freut mich. Ich hoffe ja dann, dass... Also, dass ich ja jetzt PC wieder hier hab, kann ich ja dann das zweite... Dann mach ich ja das zweite DLC und das dritte DLC machen. Kübel und ich ja abwechseln. Äh, ne? Ja, das wird schon geil. Das wird schon geil. Generell, die Dark Souls DLC ist auch die zweite... Die noch kommen, frage ich mich. Äh, freue ich mich mega. Ja, ich hab Geld, ne? Wieso? Was? Ich einfach mal fast das Doppelte von euch allen hab, alter. WTF? Ich hab... Ich hab die... Drittmeisten... Ja, die drittmeisten Kills. Ja, ich hab die meisten. Ja, warum hast du so wenig Kohle, ey? Ja, ich? Ja. Ja, weil ich immer, 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 immer wieder Munition kaufe. Ja, ich kaufe immer, wenn, wenn fast leer ist. Ja, ich nicht. Ich kaufe immer, irgendwann, würde ich halt grad dazukommen. Einfach Sicherheitshäuser. Aber aufs Dach ist jetzt, aufs Dach gehen ist jetzt, glaub ich, voll gefährlich. Mache ich nicht. Mh, ich denke nicht. Kannst du probieren. Probier's meinetwegen. Ja, jetzt nicht. Später. Wenn wir... Ah, Tau'n geht auch. Nicht. Oh, alter, von vorne kommen Grand-Vide. Boah, ich würde mal gerne das Fenster aufmachen, gucken, ob es immer noch so ein Dol-Donner wäre. Wir sind rund 20, Leute. Ja, man, läuft geschafft. Gern den Dislikes. Mehr, jetzt nicht mehr. Ja. Ja, aber die Zuschauer haben wir ja davor gemacht, ja. Ja, ja, klar. Ja, jetzt könnt ihr alle positiv liken. Ja, warte mal, dann musst du das alles in einem Video packen, wa? Oder wie mach ich das? Weil ich muss ja eigentlich schneiden, ne? Mhm. Na, oder vielleicht mach ich's auch so, dass die Challenge-Videos echt komplett im Ganzen hochladet. Ich weiß noch nicht. Nee, mal gucken. Nein, das wird zu viel. 20 Minuten Parts sind schöne Zuschauer. Nee, nee, 15, 15, nicht 20. Doch, 20. Nee, nee, 15. Ich find 20 angenehmer. Ja, mal gucken. Mal gucken. Und das ist auch im Durchschnitt 20 Minuten Art. Und eigentlich Durchschnitt. Ja, werd ich sehen, werd ich sehen. Jetzt ist Town, Town ist nochmal wichtiger. Jetzt können wir in Ruhe stehen. Ja, eigentlich schon. Nee, nee, lass mal. Lass mal, lass mal echt so lange, bis echt nichts mehr geht. Also jetzt nicht hier mit Absicht einfach mal fällen, sondern bis zum Ende durchhalten. Das muss, das muss. Das muss. Das sind wir. Das sind wir. Unsere, äh, Zuschauer. Entschuldigung. Richtig. Dafür, dass sie uns so viele Dislex gegeben haben. Müsst du mir jetzt das Geld halt überweisen. Ja. Ich glaube, ich bin jetzt im Vorausauf und wissen gar nicht, wie viel der kommt. So geil. Was, ich tente den ja, Wolf. Was? Ja. Vorne, da. Und dann Pupf. Nee, die töten, die töten Wolf eh nicht, Mann. Ist so. Kannst du vergessen. Die töten ihn eh nicht. Ja, du scheiß Cheater. Ah, Tommy drin. Tommy. Oh ja, mehrere. Beide gleichzeitig. Oh, Heavy. Beide gleichzeitig. Ich hab Skill, Mann. Beide gleichzeitig hier revived. Ich bin rausgefallen. Nee, doch nicht, Alter. Kurz, bin kurz geleckt. Rausgefallen. Vorsicht, ah, Zombies drin, Zombies drin. Hinten, hinten, hinten. Hinten noch einer, noch einer. Ich reparier, ich reparier, ich reparier. Von vorne. Guck mal, da ist schon ein anderes Fenster. Eigentlich. Dann einfach mal in der Fenster, ah, hin und her, haltet es. Ja, ja, genau. Alter, Alter, mein Rumi schon wieder fast leer ist. Ja, ja. Meine Galil ist schon wieder leer. Galil muss sich gerade aufbrauchen. Wo sind viele? Rotz rein, Digga. Ja, also, Shorty, wenn du noch hast. Das ist natürlich nix, ne? Achso, schade. Ey, kommen alle an die Seite, aufpassen. Er heult rum, Alter. Warum stirbst du denn? Reparieren, 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 reparieren. Zombies drin, drei Zombies drin. Woher fände ich dir? Wow, 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 wow. Vor, jetzt kommen sie vor uns, Alter. Jetzt wird's hartz. Ich rieb ihn, gleich. Wenn der Zombies nicht legen würde. Oh, jetzt wird's heavy, jetzt wird's heavy, jetzt wird's heavy. Jetzt wird's hart, jetzt haben wir alle keine Munition mehr für unsere ersten Waffen. Jetzt kommen sie alle an die Seite. Oh, jetzt wird's hart. Zwei, zwei Seiten, also zwei auf der linken, zwei auf der rechten, Alter. Komm, das müssen wir packen jetzt. Wenigstens Runde 21, komm. Gibt's gut aus, gut aus, gut aus, gut aus. Sonst sind wir ja nicht über. Ja, ja, genau, ein bisschen über. Komm, die's drin. Oh, ja. Vorne, Alter, vorne ist kacke, ne? Den ersten hebe ich. Es hat abgebrochen, weil er nachgeladen hat, der Wichser. Nein, ich hab keins mehr, ne? Jetzt könntest du, jetzt hab ich keinen Quick mehr. Jetzt könntest du scheiße. Immer schön reparieren. Vorsicht hinter euch, da sind mega viele. Keine Munition mehr. Keine Muni. Nicht du. Gerade. Oh, jetzt wird's eng, jetzt wird's eng. Komm schon, komm schon, komm schon. Yes. Jetzt sind drei dauernd, das schaff ich nicht, oder? Das schaff ich nicht, oder? Doch. Ne, 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 ne. Komm, ich belebe euch, ich zieh durch, ich zieh durch, ich zieh durch, ich zieh durch. Scheiß drauf. Oh, LTF, Alter. Ich zieh durch, oder mach du. Wer hat mich grad wiederbelebt, mach einfach. Oh, Alter, wir haben's geschafft, Junge. Boah, das war grad, ich hatte grad, ne, ne, mein, mein Herz rast, ne? Mein Herz rast, aber richtig. Alter, da musst du jetzt nen Cup setzen. Alter. Oh, mein Herz. Egal, wie auch die Folge ist, da kommt ein Cup hin. Ja, ja, Alter, mein Herz rast grad richtig. Hoho. Da, Alter. Da musst du wirklich nen Cup setzen. Mach ich ja auch. Das ist böse, ey. Alter, wie viel hinten einfach mal rum. Und da muss so ein schwarz-weiß Bildschirn noch. Oh, wie ich rauslege, Mann. LOL, Shorty ist rausgeleckt. Oh, ne. Shorty ist tot. Oh, ne, Mann. Wir haben Shorty verloren, ihr Bastarde. Äh, nur weil er rausgelackt ist. Ja, ey, der Ping ist bei allen hoch. Chris, deine Schuld. Nee, das ist einfach, weil sauviel Zombies da sind. Der Chris war grad bei allen mega hoch, Alter. Ja, schon. Krass, gell. Ich merk's auch grad bei mir. Dir kann's gar nicht eigentlich legen, weil du der Host bist, Mann. Ja, da wieder Ping hochgeht bei allen. Kacke. Ja? Ey, fuck. Doch, das ist, weil hier, weil, weil so viele Zombies auf einmal da sind, in so'n engen Raum. Alter, das ist, das ist für meine Internetleitung, äh, bisschen heavy. Bisschen. Heavy wie? Ja, bisschen. Ja, wenn Shorty spawnt, äh, ja, weiß nicht. Ja, wie ist das, die mir Kinder überraschung gemacht? Ja, nee, äh, nee, ach, komm. Ich weiß doch, wer kann. Also, er kann ja noch mal Kiste, ist klar. Alter, sonst nichts. Puh. Ist ja hier, geht's ja auch hier mehr um den Fun, als um, äh, exquisite Regeln einhalten, ja. Echt, ich dachte, es geht darum, dass wir es schaffen. Ja, ja. Und nicht um den Fun. Ja, nee, weiß ich, zock hier, weil ich muss, weil ich, äh, YouTube Money. Ja, also, genau. Ja, Mann, durch 5! Ja. Wie bitte? Wie bitte? Ach, Quatsch, Quatsch. Also, laut den Analytics, ja, aber, ne, es ist ja mal gar nichts. Du hast es laut den Analytics. Ja, kriegen wir irgendwie Dates. Darüber dürfen wir nicht reden. Ist top secret. Aber, dürfen wir echt nicht, ist ja vorm Muthe-Vertrag so. Ja. Dürfen wir ja nicht öffentlich. Jetzt zeig ich ja keinen Partner, oder? Naja, doch, bei TGN. Achso. Weißt du's nicht? Ah ja, stopp. Hm, ich... Aber wie gesagt, da müssen wir noch drüber reden, oder da muss ich überlegen, wie das da weitergeht. Weil TGN macht leider keine Action mehr, so wie vorher, das finde ich kacke. Ich bin da auch. Ich zieh durch, ich zieh durch. Und wenn ich keinen Quick hab, scheiß drauf. Vielleicht, vielleicht, vielleicht krieg ich's ja wieder. Oh, hinter dir. Rulf. Ah, ne. Ich zieh durch, ich zieh durch. Ich bin tot, oder? Ja. Ich hätt nicht wiederbeleben dürfen. Zu viele Zombies. Ja, ja. Das könnte's gewesen sein. Ich hab keine Munition mehr. Keine Munition mehr, keine Munition mehr. Schaffst du nicht, oder? Das wird nichts, Alter. Okay. Schade. 120. Oh, Mann, ey. Naja, es schaut ja passend. Gestorben läuft. Knapp 500 Zombie-Kills. Boah, Alter, echt hart, wie viele Zombie-Skills das sind, ne? Ey, wir haben über 1000... Haut rein, bis zum nächsten Mal. Tschüss. Der Wurst. Der Wurst. Der Wurst. Ich bin...